Superstars Cynthia Khan ist wieder da. In einem neuen, knallharten Action-Thriller der Erfolgsserie Ultra Force. Japanischen Terroristen gelingt es, bei einem spektakulären Überfall die berühmten Yamamoto-Juwelen zu rauben. Ein japanischer Detektiv, gespielt von Topstar Hiroshi Fujioka, folgt ihnen nach Hongkong auf der Suche nach den Hintermännern. Ein neuer Reißer der Action-Spezialisten aus Hongkong, noch härter, noch spannender. Erleben Sie die atemberaubenden Kampf-Szenen mit noch nie gesehenen Spezial-Effekten. Der absolute Knaller. Ultra Force 3. Ultra Mode 2. 4. 下 MCU Dette65 Dettehole Dette65 Dette65